hallo und herzlich willkommen zurück zum let's play star die jubel am vierten morgen ja okay kein extra glück aber auch kein extra ein brief hier sei ich doch wo ich noch gesagt habe nur noch eine session seit dem letzten gehen der neuen session seit dem blumenfest glaube ich ich habe hier noch ein paar sachen in meinem angeboten eine deluxe fishing angelroute und ein paar köder die man dran machen kannst du kannst köder benutzen um fische zu bringen schnell anzubeißen hoffe ich sehe dich bald willi ja ich habe leider kein geld gerade willi aber sonst würde ich bald kommen so als erstes die habe ich schon abgegeben der kann ihre der bringt mir einen der kann hier rein und nicht alle verkaufen und ich auch korallen muss ich einfach gucken ja mal zwar und existiert fast nie mehr das ist sehr enttäuschend ich weiß auch nicht warum hätte ich gesagt aber gut ich gieße erst mal oder schon was gut gewachsen ich weiß gar nicht was es ist eventuell zum marken das reicht leider nicht kein wasser mehr ach so muss man da durch ach ist doch ärgerlich hier der ganze schöne zauern kaputt ja weißt du und du stehst im weg ja dann mach ich gleich mal die kaputten sachen weg immer das hat ja kein kein wert so weg steht sowieso noch im weg von den allen zauern können ich aber zumindest ein stück wieder kriegen der schluss ist ja das betrug ach das ist der hund schon wieder mein gott zack so da sind wir mal zwei clay fährt er immer noch autoservice ok schal aber der fährt zur wüste kann ich da hinlaufen vielleicht soll ich mit dem bus fahren vielleicht kann es tatsächlich nicht laufen das war ein scherz ok kann ich vielleicht nicht schade ich wollte gerade schon sagen kann ich da hinlaufen kann ich nicht wäre aber schön wenn er wieder fahren warum sind die nicht so haben wollte ich muss da hin haben wollen lass mich durch ich habe muss haben was ist denn da ist so eine grape die brauche ich Ach fuck you, kann ich da runterspringen? Da ist so ne Grape, die will ich haben, unbedingt, wo ist eigentlich die scheiß Hose des Bürgermeisters, da verstehe ich aber nicht. Da war so ne Grape, das ist das letzte was ich brauche für das eine scheiß Ding, ich hab jetzt keinen Bock wieder ein Jahr zu warten, weil die nirgendwo spawnt, das ist doch scheiße, wo diese scheiß Dinger immer, wo hat er denn seine Hose bitte verloren, Mensch ey, Bürgermeister Schwachkopf, warum spawnt die eigentlich am Bereich wo ich nicht hinkam, dann ist er auch frech. Oh Halla, wie geil. Wenn ich wüsste, wie ich ein Schwert benutzen könnte, wie man ein Schwert benutzt, dann würde ich diese Höhlen beim Werksee erkunden. genau jetzt ist es bestimmt nett und cool da drin, naja, es ist gefährlich. Kannst gerne mal mitkommen, wenn ich meine zahlreichen Erkundungstonen da drin mache. Ach ne, ich wurde hier zurück gestuft. Ach ne Spaß, dann soll sie fragen, ich bin ja ständig da. Da ist hier, keine Ahnung wer. Es wurde Spaß, wo sollen die Hosen denn sein? Wieso haben wir Glück eine Bibliothek in so einem kleinen Haus in der Stadt zu haben? Welche Bibliothek? Da ist kein einziges Buch drin. Soweit ich weiß, wo ich die noch suchen muss. Meine Güte, ey. Hier ist der Blacksmith. Ohne Spaß, wo werden wir das denn verloren haben? Egal, wir gehen jetzt einmal in unseren Kram gucken. Vielleicht am Strand? Ich weiß es nicht. Das kann ja fast nicht sein, der wird alles abgesucht. Hallo Haley. Wie viel kostet denn so eine neue Angelrute? Fahre das. Okay, 1008. Ich glaube, wir holen uns nächstes eine neue Angelrute. 1,8. Wenn ich jetzt mal diese scheiß Hose finde. Das lässt mir jetzt auch nicht mehr los. Ich will die jetzt finden. Was macht ihr denn hier? Du bist leer, ne? Dein Haus steht da immer so unbewacht. Da ist wahrscheinlich was gefangen. Müll. Und ne Brille. Was ist das denn? Ein See-Uchie. See-Igel wahrscheinlich. Muss ich doch sagen. Ne Brille. Natürlich. Oh, hab ich Bait mit? Ne. Scheiße. Komm, du aber. Noch eine Brille. Geil. Das hat sich nicht gelohnt. Gar nicht. Was für ein Scheiß. Der Köder lockt. Brillen und Müll an. Ist klar. Stehst du im Wasser? Krieg keine Nachrichten. Das sind Füße hier. Du auch nicht. Ne, dich nicht. So. Das kann ja weg. Ey, warte aber. Ich war hier. Ich war hier. 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 Hier im Wald war ich. Komm ich noch irgendwo anders hin? Hier war ich überall. Hier auf meiner Farm war ich. Hier oben war ich. Hier kann ich jetzt hin. Spa. Open all day. Oh, will er das denn verloren haben? Bitte. Jetzt wurde Spaß. Ist ja wohl ein Scherz. Na, was ist da denn los? Nee, es stinkt. Warum ist es abgesperrt? Ich möchte den Abfluss. 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 Ab. 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 abwasserkanaltür wie diese hier muss genau für so einen rostigen alten schlüssel passen was habt ihr da bewegt sich etwas da drinnen ich wusste es wir gehen da rein alles klar schlüssel von unterholen scheiß auf die hose ich will da rein wie geil er guckt war okay alles klar zu bunter will er denn seine scheiß hose jetzt mal ernsthaft wo will die verloren haben ich habe alles ab ich muss in den abwasserkanal dann spaß mancher luis geben wir noch mal zipp oder das verlorene ist bitte ach er verkauft die eiscreme ok und da kommt so auf ja gut gut nein ich möchte abwasserkanal gut ich möchte in den abwasserkanal da ist auch mal drinnen da muss man gucken muss man hat gehört du hast schlüssel immer her ich will schlüssel 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 ich will den schlüssel habe ich will da rein kann ich was mich interessiert er doch gerade noch gesehen wie die beiden zum strand gegangen sind warum sind die auf einmal da da ist eine kuh so major voll trottel oh der müde war ach so ja ja da war ich schon es war ernsthaft wo wieder die verloren haben da lügt mich doch andere wie einfach eine endlose odyssey schicken nach irgendwelchen dummen hosen hose von arschlecken wo soll das denn sein bitte sehr ich weiß nicht wo die sein soll also ich finde sie nicht durch die tage noch mal achten ich habe echt alles abgesucht ich könnte noch mal oder ist der zur da bin ich rein hier ich möchte da rein abgeschlossen ja ich weiß Grunddaten schlüssel aber ich komme hier an Grundschlüssel ran ich weiß auch nicht was bringt mich jetzt an den bäumen schüttle aber gut ich möchte schon so eine richtigkeit haben so ich gehe jetzt mal nach oben zum spa ich weiß ehrlich nicht wo der scheiß hosen hat mir irgendwo nicht geguckt eigentlich schon das wird schon mal so spät ich weiß nicht was das für ein komischer was immer das war da dieses dieses dieser schreien da nicht immer ich weiß nicht was das für ein komischer was immer das war da dieses dieses dieser schreien da nicht immer das ist ganz komisch zumal da wird so nicht dunkel ich verarschen das ist ein cnf dunkel hier also das ist ein hase wie früh gehen die eigentlich alle ins bett so fragezeichen ok kann ich nicht ja ist auch gut so man soll das ja auch nicht tun eine leere box diese das sieht voll geil aus übrigens da würde ich echt mal gerne reingehen aber lohnt nicht es war ohne spaß du inkompetenter sack gucken wir mal hinten das feld noch frei ist wieder frei ist hier wo das ausgedruckte war da gehe ich noch mal gucken ob er jetzt hin kann wenn nicht dann höre ich jetzt auch heute auf oder ich weiß nicht ich möchte kein weiterspiel eigentlich aber ich möchte nicht zu viel aufnehmen hier drauf habe ich noch nicht geguckt hier ist aber nichts wenn bei der abenteuer gilde könnte es noch sein könnte es noch sein ansonsten wüsste ich nicht wo er diese scheiß shorts hose wieder vergessen habe das muss auch aufgemacht werden hier ist aber noch kaputt ich will da hin ich will da unbedingt hin aber das geht alles nichts dann gehe ich jetzt mal ins Bett ja ja bitte ich möchte auch gerne mal das Min oh will man hier noch alles erfinden und entdecken und alles kann ich will nicht aufhören ich möchte was erleben wieder ohne spaß ich glaube Stadio Verdi wird so ein Projekt was ich einfach aufnehme wenn ich Bock habe und ich habe gerade richtig Bock drauf ich esse mal gleich irgendwie eine kleinigkeit und dann mache ich auch weiter wenn ich noch Speicherplatz habe weil ich möchte gerade einfach nicht aufhören weil es einfach gerade viel 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 zu geil ist ich finde es einfach gerade richtig richtig geil wie spät ist denn eigentlich äh ich durche gerade falsch rum ne es ist schon 5 vor halb 3 oh ja es geht es mit äh so vielleicht mal jetzt mal kurz eine Pause gucken wir mal auf wie viel Speicherplatz ich noch habe ja erstmal schlafen gehen ich bedanke mich fürs Zuschauen wir kriegen 436 ist schön damit haben wir genug für die neue Angel ich muss mal ich gucke mal hier wie viel Speicherplatz wir haben trinke gleich eine Kleinigkeit machen wir was und ich essen wir dann puell large wonderful wo haben wir noch mehr Speicherplatz und ich bedanke mich und sage tschüss bis zum nächsten Mal hau rein ich bin schon mal auf die die Vielen Dank.